Moin Leute, es gab wieder Craft Attack mit Fabo. 1 vs. 1. Ich hab ihn besiegt. Das seht ihr eindeutig in diesem Video. Ihr müsst ganz angucken. Wir haben mehrere Battles gemacht. Ich hab Fabo komplett zerstört. Lasst ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal und viel Spaß mit dem Video. So, und jetzt muss ich dich noch wie versprochen im 1 gegen 1 Blatt machen, na? Warum lachst du jetzt so dreckig hier? Ich hab trainiert. Hast du A? Hey, ja, Alter. Jetzt Craft Attack 1 gegen 1. Ja, natürlich. Wo sonst? Wo bist du? Craft Attack ist das einzig Wahre. Und das einzig Wahre mit Full Netherite. Ja, aber das sind wir unterschiedlich verzaubert. Also ich hab die besten Enchantments. Ja, wahrscheinlich auch Thorns, ne? Nee, ich hab überall Protection und Unbreaking. Ja, okay, Kacke. Ich hab nur auf einem Fire Protection und den Rest Protection. Wir könnten uns einfach die Rüstung machen. Ja, warte. Lass die Rüstung machen. Ohne Verzauberung. Würde ich dann machen, oder? Naja, lass. Machen wir das auch Dierschwert und so? Ja, ja. Full Dier. Ohne Schild? Mit Schild? Musst du sagen? Ja, du musst halt wissen, mit Schild bin ich halt übel der Profi. Da hättest du keine Chance. Deswegen würd ich sagen, ohne Schild, ne? Ja, wir können gern mit Schild machen. Ja, nee, komm, das Schild... Nein, Alter, ich will dich jetzt net komplett plantieren in deinem Stream, ne? Machen ohne Schild. Dann hast du noch ne Chance. Ja? Ich wollt mir jetzt eigentlich die Sachen hier kaufen, aber die gibt's hier nicht mehr. Hast du noch Diers? Ja, ich hab noch... Komm zu Sparks Base. Ich sag dir, du unterschätzt mich extremst. Warte, ich guck kurz im Lager nach, ob da vielleicht noch irgendwie was ist. Hä, ich hab doch Diers. Ja, aber... Hast du genug genug? Ich hab mehr als genug, ja. Für zwei Rüstungen und zwei Schwerter? Ja, ja, geht klar. Okay. Aber ich hab kein Holz. Daran scheitert's. Warte, ich hol kurz. Ja, warte, jetzt können wir das Tate von Spark nehmen. Zwei Sticks brauchen wir. Ey, du willst jetzt net ernsthaft mein Spark klauen. Ja, ich hol selber. Der guckt nämlich die Streams. Und immer, wenn ich was anstelle, krieg ich Ärger. Ich hab einmal aus Versehen seinen Schalker getötet bei der einen Quest. Ja gut, aber das ist ja was anderes als zwei Sticks nehmen. Na, find ich jetzt net. Ich hab deine Rüstung am Start. Oh, ja, Schwerter. Hä, lol. Die Kiste hat sich einfach geöffnet. Bist du da? Ja, ich bin hier, ja. Ah, lol. Hä? Ich hab dich nicht gesehen. Die Stadt ist so hinter dem Amboss. Kacke. So, ey, jetzt muss ich aber richtig gut performen. Und Schwert noch. Ja, Steaks brauch ich. Achso. Liegen. Goldapfel erlaubt. Äh, ich müsste mir einen holen. Warte, dann einen Goldapfel. Hier. Einmal. Okay, unten halt normales Essen, ne? Goldene Karotten einfach. Ich hab keine goldenen Karotten. Ich nehm einfach das Fleisch. Das ist auch okay. Bist du schon ein bisschen aufgeregt, Fabo? Ein bisschen. Ich zitter schon. Geil. Wo bist du? Hier. Einmal Schwert. Jetzt brauchen wir noch einen geilen Kampfplatz. Am besten hier bei Spark in der Base. Ey, sollen wir wohin fliegen? Oder rauchen wir sie einfach in der Spark Base auf die Fresse? Ja, komm. Das ist die Battle Arena. Da hinten. Okay, das ist die Battle Arena. Oh, ohne Bogen. Lass in der Bank, in der Bank. Ja, in der Bank. Aber da ist wenig Platz. Ja, komm. Wir zerstören auch die Einrichtung während dem Kampf. Dann ist es so richtig, äh, so richtig authentisch. Oder lass hier auf der Straße schlagen. Auf der Straße. Straßenfight. Okay, okay. Ich bin hinter dir. Lass einfach hier machen. Aber, gell, wenn irgendwie was ist oder du irgendwo runterfällst, platziere bloß keinen Wassereimer. Oh, stimmt. Ich mach's mal lieber aus der Hotbar. Okay. Ohne Crossbow. Ich hab nur Schwert, Goldapfel und Essen in der Hotbar. Ja. Okay, nur Schwert, Goldapfel und Essen hab ich auch. Totem mach ich jetzt auch raus. Das heißt, wenn ich dann tot bin, dann bin ich tot. Oder willst du auch ein Totem? Nee, ich würde, also mir ist egal. Wir können mitmachen ohne, musst du sagen. Hey, komm, pass auf. Ich hab zwei Totems dabei. Also ich hab, ich hab, ich hab, ich hab, ich hab, ja, ich hab eins im Moment. Also okay, dann lass, äh, mit einem Totem machen. Okay. Du bist bereit, wirklich? Ich bin bereit. Zum Glück hast du meine letzten Streams nicht gesehen, wie ich gesuchtet hab und trainiert hab. Also ich bin jetzt mindestens, ja, ja, so gut wie du, ne. Ich hab ein bisschen Angst jetzt. Echt jetzt? Geil. Ja. So, okay, dann würde ich sagen, Fabo, bist du bereit? Ich bin bereit. Drei, zwei, eins, go. Okay, go. Ich geh jetzt mal schlafen. Ja, ja. Hast du Hitboxen an, nee, oder? Nee. Oh, fuck. Hey, Alter. Du spielst ganz anders als ich. Oh, Gott. Oh, Gott. Alter, ich bin so low. Ich bin so low, Junge. Alter, was hast du für eine Kombo drin? Du hackst doch, oder? Warte. Ich cheate. Park, bitte, bade mich nicht. Oh, Alter. Ey, dieses rechts, links und so. Oh, nein, nein, nein. Das kann nicht sein. Guck mal, Alter, wie lange ich durchhalte. Brutal, oder? Alter. Okay, dann hast du härter trainiert als ich. Ich hab ein bisschen trainiert, ja. Das war einfach härter. Das war einfach härter, Alter. Dann hast du, du hast einfach öfter trainiert. Anders kann ich mir das nicht erklären. Ey, Chat, ihr braucht mich jetzt nicht auslachen, ne? Ja, das war übel gut. Das war echt nicht schlecht. Am Anfang hab ich echt kassiert. Echt jetzt? Ja, also am Anfang war es schon nicht gut. Ja, und dann hab ich aufgehört, weil ich dachte, ich verkack. Also echt jetzt? Ich dachte so, nein, scheiße, ich kassier auch. Ich renne lieber mal weg. Das war, glaub ich, der Fehler. Ja, aber gut, mit Schild hätte ich gewonnen, von daher. Wir können auch noch gerne eins mit Schild machen. Aber dann brauchen wir auch eine Axt. Warum? Ja, sonst kann man ja Schild nicht durchbrechen. Wir können auch ohne machen. Wir können auch Schwert ohne Axt und Schild machen. Ja, warum braucht man unbedingt das Schild? Ja, weil dann kannst du mit deiner Axt das Schild durchbrechen. Achso, und dann kann man in einem Moment nicht blocken, ne? Genau, ja. Wir können Schwert und auch Schild machen, aber ohne Axt. Das geht auch. Nee, pass auf, wir machen das mit Axt und mit Schild. Was ist, wenn ich die Enderperlen jetzt aktiviere? Und Spark nicht online ist? Ja, dann passiert, glaub ich, nix. Okay. Ich weiß es nicht. Mit einem kann man es ja mal probieren, oder? Ich mach's nicht. Richtig mies wär's, wenn Spark online wär und du einfach ihn gegen seinen Willen zurückholst. Und diesmal ohne Totem und ohne Goldapfel, weil ich hab keinen mehr. Äh, okay, ja. Ohne Totem und ohne Goldapfel, ja. Ja, okay, Deal. Nice. Okay, lass wieder auf die Straße gehen. Auf der Straße prügeln wieder. Aber jetzt würdest du echt schlafen. Ja, es ist auch gut, dass du schläfst, weil dann respawnst du auch direkt hier. Ja, genau. Ey, dein Schild ist ja verzaubert. Ja, es hat nur Unbreaking und Mending, das bringt nix. Also, Schild kann man nicht stärker verzaubern, nur halt Haltbarkeit, aber dein Schild wird nicht gepokt gehen. Achso. Bist du ready? Ja, bist du ready? Ich bin bereit. Sicher? Ich bin sicherlich bereit, ja. Ja, komm, Fabo, dann bringen wir es hin bei uns. 3, 2, 1, go. Junge. Das war... Alter. Hä? Du hast doch... Das war Hacks, Alter. Du... Du... Rangehack, aber übel. Ich glaube, du hättest im Bett schlafen sollen. Hä? Nein, ja, das kann nicht sein. Hast du gesehen? Du hast mich von 100 Blöcken Entfernung getroffen. Nee. Ja, du bist immer in meinen Hit reingelaufen quasi. Nee, das kann... Das sah... Ohne Witz, das sah echt sehr, äh... Sehr verdächtig aus. Sorry, ich cheate. Ich will ne Revanche jetzt. Ja, dein Starfleet noch hier. Ich glaube, du sollst auch mal rechtlich auf das Bett drücken. Das kann nix sein. Das ist jetzt... Es steht 2 zu 0. Wer zuerst, äh, äh, dreimal gewonnen hat, der hat gewonnen. Okay, nochmal genau gleich? Ja, genau gleich. Darf man... Darf ich, wenn ich Enderperlen hab, benutzen? Von mir aus kannst du die benutzen, ja. Dann hab ich ein kleines Handicap. Was für ein Handicap? Ja, ich hab halt keine Enderperlen dann. Ja, soll ich dir welche geben? Ich hab genug. Ja, weil dann kannst du dich mir hinterher porten. Dann hast du noch ne Chance. Okay, sind wir bereit? Der Gewinner bekommt Sparks Bankfach, ja? Okay. Okay. 3, 2, 1, go. Oha. Du kämpfst ja nur mit der Drecksachs, Alter. Junge. Diese Hacks, Alter. Ei, ei, ei. Nee. Diese Combo. Ja, GG. Man, du hast schon wieder nicht richtig aufs Bett gedrückt. Oh, scheiße. Ja, äh, dann würde ich einfach mal sagen, äh, ich hab dich komplett rasiert. Das haben wir jetzt alle gesehen. Ja. 3, 0 für dich. Ich mach kurz die Köpfe im Shop. Das war ein neuer Rekord. Ja, das ging übel schnell. Mit der Axt. Na, die ist schon heftig. Die Axt macht neun Schaden. Das ist zwei Herzen mehr als, äh. Ja, also man muss halt ehrlich sein. Äh, ich hab übel vergessen zu blocken. Ja, das stimmt. Ja, gut. Da wurde ich mal kurz zerstört. Ähm, das Training hat nichts gebracht. Ich glaube, ich lass es dann einfach bleiben. Man muss, glaube ich, noch ein bisschen mehr trainieren. Nee, ich glaub, das bringt nichts, das Training. Oder so. Aber weißt du, was übel war? In dem, äh, MC, äh, hier, äh, Battlegrounds von, von, von Kevin. Von G-Time, ja. Ja, da warst du ja bis zum Schluss mit drin. Und dann waren, äh, ja, du hast es gewonnen, ne? Ja, äh, ich glaub, ihr habt mich auch gekillt. Ich weiß nicht ganz zum Schluss. Und da waren drumherum 5000 Leute und alle auf mich. Das war so mies mit diesem Drecks Crossbow, wo ich mich frag, wie schnell kann man den bitte nachladen, Alter? Ich hab nur Schaden durch den Crossbow gekriegt. Ja, den kann man echt schnell nachladen. Aber es gibt ja noch ein Enchantment, dass du den noch schneller nachladen kannst mit Quick Charge. Ja. Und mit Pearson geht der dann auch noch durchs Schild und, ja, das ist komplett OP eigentlich. Ja. Ja, gut, Fabo. Dann würde ich an der Stelle sagen, war es sehr nice. Hat Spaß gemacht, mal wieder ein Craft-Tech-Mist zu machen. War echt nice, ja. Wenn ich irgendeinen Mythos wieder entdecke, dann melde ich mich bei dir. Dann schreit mir wieder zur Tat und testen. Geil. Gut, dann sag ich dir ciao. Schönen Abend noch. Jo, ciao. Gleichfalls. Ciao, ciao. Bis dann und tschüss. Tschüss.